ja hallo und herzlich willkommen zum heutigen replay of the week und dabei habe ich mir ein replay mal wieder mit deutschem support ausgesucht und zwar den löwen wolfcrusher 46 hat das ganze gespielt und die karte ist küste beim matchmenken hat auf jeden fall schon mal richtig glück gehabt denn der löwe könnte ja bis in tier 10 kommen aber hier in dem fall ist er einfach mal in einem reinen achter matchmaking das ist natürlich schon mal ideal und ja gerade den löwen mal wieder in aktion zu sehen ist wirklich schön denn ja irgendwie ist er immer so so semi wenn man so nach dem best premium panzer fragt da wird es immer so sofort der defender oder so ausgepackt aber der löwe nach seinem buff ist immer noch so ein bisschen hinten dran auch ich selber spielen kaum muss ich ganz ehrlich zu sagen aber man kann schon mit dem durchaus was anfangen und das wäre jetzt in dieser runde beweisen und da schüren wir wieder die lust auf den panzer würde ich jetzt einfach mal so behaupten so wir sehen er fährt hier auf diese halbinsel also mal schauen ob er da oder land zunge oder wie auch immer man das sagen will mal schauen ob er damals reißen können wird der patriot fahrt schon mal schnurstracks voraus der ihr sechs dann davor und er zuckert hier nach und wird gleich noch mal von zwei russen überholt also da sind wir mal so mobilität ist jetzt nicht so unbedingt das allerhöchste steckenpferd vom löwen das ist halt so ein männlicher löwe der liegt ja auch die ganze zeit eher so faul rum und macht man sonst gar nichts außer fressen und pan und er will jetzt hier auch nur fressen ob er sich jetzt pan will war lage ich mir jetzt mal zu bezweifeln aber er will halt einfach jetzt erstmal seinen spaß so und jetzt da der superpershing da oben auf dem turm geholzt schönen treffer und er wird getroffen dann guckt er gleich sich auf seinen turm und denkt sich wo denn wo denn so noch mal oben kommen dann kuppelt aber der hat nicht funktioniert das macht er dann panta hat einfach muss jetzt aufpassen dass er sich zu weit zurück fährt gegner hat keine arti das ist schon mal sehr hilfreich weil arti ist hier richtig unangenehm auf der position wo er sich befindet so superpershing noch mal eingetroffen und wir sehen mal wie viel gegner da hier auf dieser insel stehen das ist wahnsinn also hier geht der punk ab hier wird das spiel entschieden kritischen treffer aber leider kein damage aber er bleibt natürlich auf den superpershing da drauf so jetzt sieht aber da der t32 steht da getrackt aber auch da kratzt er ihn nicht mal an schade darum tiger 2 traut sich bisschen vor und er kommt jetzt wieder der superpershing in hier in den weg schöner schuss gerade so auf dem weg nach unten wieder in diese senke aber kein problem er macht er den schuss trotzdem noch ordentlich die ersten 1000 der menschen fast gefarmt aber da hat der t32 auch endlich mal sein damage bekommen bisschen überfällig schon fast gefühlt der eine hätte halt schon sitzen müssen da wenn er da so gekettet oben steht aber hier jetzt wäre das schön seitlich da kommt man natürlich perfekt drauf und da tut man natürlich sich gar nicht schwer den schuss anzubringen so jetzt bekommt er von seinem eigenen löwen hinten da den schuss das ist natürlich unfassbar ärgerlich aber kann halt passieren wenn man so ein sniper löwen im team hat so auf jeden fall bleibt er jetzt hier konzentriert und fokussiert auf dem tiger drauf da der e-mail dem user auf dem user wirklich im blick haben weil der wenn er anfängt hier sein magazin raus zu ballern dann war es ist für den löwen nämlich auch so tiger kann er hier natürlich durch den turm ballern so und jetzt hier da hat er problem mit der gun depression kommt jetzt nicht so ganz drauf aber lenkt sich scheiße das scheiß auf den ich nehme jetzt erstmal den tiger warum auch nicht so jetzt kommt der defender davor der will hier unbedingt was vom löwenkuchen haben aber da ist er zu weit vor gefahren wird er gekettet und er kann ihn jetzt hier vorne auch am laufrad dann rausnehmen 2700 damage ah jetzt haut der e mail da ab hätte natürlich fast seitlich noch am turm beschließen können aber da war der e mail schön in der bewegung da waren natürlich flink so und jetzt hier der is3 nicht so einfach wackelt hier auch ein bisschen dass die ist reinig ihn hier doch im turm ballert oder auf die kommandantenkuppel oder wie auch immer drauf kommt so is3 oben jetzt genau bei dem winkel kann man da jetzt schön auf den turm natürlich schießen und jetzt auch noch mal schön seitlich auf dem turm also jetzt bekommt der is3 da richtig probleme langsam so der e mail der kommt da nicht vor das ist kein problem er geht hier weiter auf den is3 der is6 hat hier ein bisschen geschlafen damit konnte also den schuss anbringen ohne großartig da wieder in probleme zu kommen so jetzt kommt er 6 das war ein satter treffer auch ohne premium und dann 441 das ist ein dicker roll jetzt geht er oben auf die kommandantenkuppel und da trifft er schön jetzt hat er in sich portionsgerecht hingelegt noch mal einen treffer und einen durchschlag und dann nimmt er den raus so obacht e mail auch wieder so e mail kommt jetzt rum aber in der zeit macht er den is6 weg und jetzt der e mail hier mit he das ist ja mal ein feiner zug dass es ihm jetzt hier so leicht macht dem he email dem begegnet man nämlich sehr gerne so und nochmal ein drauf ja genau die mail haut jetzt ab aber das ist noch ein weiter weg und in der fall müsste sogar noch den nächsten schuss auch noch raus bekommen und ihn sogar eigentlich zerstören und da genau so ist es sein fünfter kill mit aktuell schon 5600 damage so auch der panther war so ein kleiner snack damit hat er nämlich sein krieger jetzt klar gemacht es sind noch vier panzer am start die runde ist immer noch knapp obwohl er ja schon fast 6000 damage gemacht hat also da sieht man mal ohne ihm wäre das bisher wahrscheinlich direkt schon der los gewesen oder den schaden den er da angebracht hat aber der vk das ist noch mal eine hausnummer den vk finde ich als achter extrem ekelhaft kann man zwar oben gut auch auf die kommandantenkuppel schießen aber ab und an wird wirklich unangenehm gegen den so jetzt will er da möglichst irgendeine stelle findet gut drauf kommt und hat er dann unten auch auf der wanne dann gefunden so 12 zu 10 und jetzt natürlich will er da mal richtung vk und is 3 noch kommen so der vk geht jetzt hier auf den e mail und er unterstützt jetzt hier den e mail da kommt er jetzt rum um die ecke vk hat geschossen unten aber auch da mit einem gewissen winkel ist der vk wirklich schwer zu durchschlagen so diesmal hat es geklappt aber auch er wurde dabei ordentlich getroffen und ihr seht jetzt hat er nur noch 125 hp das ist einfach so noch ein treffer und das war es für ihn aber in dem fall erst mal gibt er dem vk noch eine so jetzt hat er geschossen jetzt kann er sich dem noch mal annähern man sieht schon schweizer käse ist da unten und jetzt denkt sich der es 3 ich will vielleicht doch nicht mehr rum und jetzt ist es mit 14 zu 10 recht recht safe aber er schreibt noch please eight kills natürlich hätte gern die redley walters und er sagt auch jungs ich habe 7.155 damage gemacht also lasst ihn mir doch bitte ich habe es mir verdient und gönnen würde ich ihm hier auf die redley walters auf jeden fall noch aber ihr seht der es 3 ist noch ein ganzes stück weg also da muss er erst mal dran kommen jetzt versteckt er sich hinter dem stein und das ist natürlich die situation man will jetzt nicht unbedingt mit dem löwen quer über die map fahren müssen für den kill und man darf nicht vergessen such es kann darf es auch nicht ausgehen weil 125 hit points also geht auch ganz schnell sein leben flöten so und jetzt lässt dass ich hier noch mal shoppen vielleicht kann er da ja jetzt noch mal seitlich ihn ein ein bisschen überraschen so hier ist drei man sieht schon der erste treff hat er davon eben schon bekommen jetzt will er natürlich unbedingt sein kill aber den emil interessiert das mal gar nicht jetzt muss aber hoffen dass der es 3 hier ihm irgendwie noch vor die flinte kommt der emil der ist nämlich auf den kill aus der will auch noch mal sein der mensch haben er schreibt auch nur please so und jetzt kommt er hier hoch jetzt kommt er ihnen seinen rücken jetzt muss er den kill klar machen und er macht den kill klar holt sich den achten kill und hat in summe 7370 damage gemacht das ist eine sahne runde mit 2164 baserfahrung wo ich nur sagen kann chapeau hut ab genauso wird es gemacht ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten replay of the week euer al karamba abonniere abone er abone er abone er abone er abone er Vielen Dank.